ARD Text im Auftrag des ZDF Add Server Nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen, also gar nicht bewegen Und Maundado geht schon ab Maundado! Ich will auch, Mann! Warte, ich will mitmachen Wie seh ich eigentlich aus? Ich hab immer noch diesen Skin von Desperado, stimmt ja Ja, ich auch, Mann, ich auch Passt ja So, ich bin Du bist nicht auf der White List Steht bei dir? Ja! Ich seh Zombie Zombie Du bist nicht auf der White List Ich will auf Zombie zukommen Ich will auf Zombie zukommen Ist hier oben umgespielt Der Mann, der herumreist Und weiß Was es heißt Reis zu kochen Damit er lecker schmeckt Ungespielt Ungespielt Der, der sich nicht versteckt Pfff Da ist Izi, 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 Izi Wop, ich wurde geportet Irgendwohin Da ist ja Tinendo Hey, Varo3, lass mich rein Ich bin's Failed to connect server Den werde ich mir holen, den werde ich mir holen, den werde ich mir holen, den werde ich mir holen Den werde ich mir holen, den werde ich mir holen Hör mal auf, ich will auch mir irgendjemanden holen Hast du die richtige IP? Ja, natürlich Ich habe mich die richtige IP Mensch, ist das schön, Verzögerungen Da bin ich aber nicht schuld jetzt, oder? Ist das meine Schuld, dass mein Name zu einfach ist? Ich komme mir vor Wieso? Keine Ahnung, Tiere, die gleich geschlachtet werden Hier in diesem kleinen Glashaus Du musst das sehen, Izi, du musst das sehen Okay, mach ich Ich bin schon echt aufgeregt Ja, ich bin auch super aufgeregt. Erst mal die Kamera ein bisschen ausrichten, Mann. Ein bisschen rumspielen mit der Kamera. Am Login in, ich bin nicht auf der Whitelist. Am Login in. Vor allen Dingen bin ich der Einzige. Oh, wir sind jetzt alle verteilt worden, aber... Mein erstes Waro, ohne mich. Was? Na, komm schon. Das war auch ein guter Team. Oh Mann, was soll das? Wir sind schon hier eingekreist, Dingsbumskirchen. Ich weiß es nicht, aber er weiß doch schon, was los ist. Die werden doch nicht loslegen, ohne dass ich dabei bin, Mann. Das wäre schon ein bisschen bitter. Du bist nicht auf der Whitelist. Bin nicht auf der Whitelist. Schein schon. Oh, jetzt habe ich einen ganz langen... Oh, wieder Whitelist. Fuck. Versuch's nochmal. Ich spamm die Connection. Du bist nicht auf der Whitelist. Du bist nicht auf der Whitelist. Ich bin nicht auf der Whitelist. Warte. Erst wenn der Countdown startet. Countdown startet. Countdown startet. Ja, ich bin drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah. Nice. Okay. Aber du bist nicht irgendwie... Ich bin beim Portal. Wo seid ihr? Ja, aber er ist nicht neben mir, der Isen. Komm mal hier zu uns und setz dich da rein. Wo bist du? Komm mal zu uns hier. Ich bin... Richtung Mond. Rett Richtung Mond. Richtung Mond. Ja, ich seh dich da. Ich hüpfe. Ich hüpfe. Da bist du. Ich seh dich. Da kommst du. Hallo. Komm, lässt dich einfach nach links, sodass niemand da war. So. Holly. Lass dich da hin und tu so, als wäre nichts los. Hi. Darf ich mich hier reinstellen? Alles cool jetzt? Das ist echt super halt. Ich nix da, guckst du. Alles gut. Kasse dich. Wieso ist Isen Game Master? Isen ist Game Master. Es ist einfach nur der beste Start. GG. GG. Nur fair. Kannst du auch fliegen? Klar, warte. Nee, geht nicht. Oh, jetzt sind alle weg. Alle sind weg. Du auch? Nein? Ja. Ich bin auch weg. Jetzt kommst du wieder nicht drauf. Flipp ich aus, aber. Flipp ich aber aus. Can't connect server. Jetzt geht's wieder, oder? Bist schon drauf? Äh, weiß nicht. Ich connecte mal. Ich connecte jetzt auch. Login in. Bin drauf. Yo, I am in. And you are, äh, normal. Isen. Also, der Plan. Isen. Ja? Wir rennen zurück. Bisschen weiter weg. Sodass wir ein bisschen Abstand haben. Da hinten hin. Du guckst mal rechts, links. Und dann bauen wir ein bisschen Holz ab. Ja? Ein bisschen Fleisch. Wenn du irgendwas Leichtes irgendwie neben hast, so töten, töten. Wärter wegrennen. Irgendwie eine Höhle finden. Okay. Also einfach in die Höh- Einfach erstmal rennen. Erstmal, erstmal rennen. Ja. Erstmal rennen. Ist okay, ist cool. Machen wir. Ist cool. Hast du irgendwas verloren? Suchst du irgendwas? Meine Kontaktlinsen. Die sind mir runtergefallen. Scheiße. Wie das aussah, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Shit, 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 shit. Oh, Varro beginnt in 30 Sekunden. Varro beginnt in 30 Sekunden. Auf geht's, Mann. Varro beginnt in 30 Sekunden. Alles klar, Mann. Bist du ready? Wir rennen auf jeden Fall zurück, Mann. Wir rennen auf... Oh, beginnt in 20 Sekunden. Was zur Hölle? Die 10 Sekunden gehen viel zu schnell vorbei. Ich weiß nicht, Mann. Ist nur 15. Ich hab Angst, Alter. Bitte beruhige mich mit einem Lied. Wir werden sterben. Das ist super. Okay, unter die Abbahn. Gleich nach der Zeit. Nach der Zeit. Ja, 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 ja. Okay, ganz ruhig. Ruhig, Mann. Okay, ich bin ruhig. Ich bin cool. Ich bin cool.